Herr Holzhausen, wovon handelt Ihr Film? Ja, mein Film handelt von einer Institution mit 400 Personen, ist in Wien, das ist das Kunsthistorische Museum. Da geht es naturgemäß um Kunstgeschichte, um Bilder, um Kunstwerke, um bekannte Objekte, glaube ich, um weniger bekannte, aber eigentlich vor allem geht es um Menschen und wie die miteinander irgendwie das Ding tun, was sie tun müssen. Warum haben Sie diesen Film gemacht? Ja, da gibt es mehrere Antworten darauf. Eine private ist die, ich habe selber mal Kunstgeschichte studiert, bevor ich dann endlich zum Film kam und da ist das eine Form der biografischen Aufarbeitung, wenn man mit Leuten zu tun hat, die man ja auch aus dem Studium kannte. Also ich bin ja Kuratoren, Sammlungsleitern begegnet, die mit mir studiert haben, die einen anderen Weg gegangen sind als ich. Das war manchmal ein bisschen seltsam. Also das war sozusagen die biografische Wurzel, den Film zu machen. Eine ganz pragmatische Begründung war, die Museumsdirektion hat gewechselt, es gibt eine neue Museumsdirektorin und da hatte ich so das Gefühl, die ist irgendwie offen, die interessiert sich für eine Arbeit, die sie vielleicht auch nicht kontrollieren kann. Die gibt mir etwas Freiraum und das war dann tatsächlich so. Also deswegen gibt es den Film, weil die neue Leiterin das wollte, es mir erlaubt hat. Und ja, das Dritte ist, ich finde Institutionen, wie eben ein Museum es ist, ein wunderbares Spielfeld für Dokumentarfilm. Da gibt es so viele Möglichkeiten, so viel flexible, man kann ausweichen, man kann andere Wege finden, um die Dinge zu erzählen, die einen interessieren. Bleiben wir mal schnell beim zweiten Punkt der Direktorin, die offen war. Wie lange haben eigentlich diese Dreharbeiten gedauert? 14 Monate. 14 Monate. Und was mussten Sie, ich weiß nicht, unterschreiben? Wo mussten Sie sich einschränken? Also, das ist natürlich immer so eine Sache. Ein Institution, ein Museum will natürlich im Grunde das letzte Wort haben und das ist nicht akzeptabel. Also das ist ein Autorenfilm und da muss der Autor das letzte Wort haben. Also das ist eine Reibungsfläche, wo man hin und her verhandelt. Das muss ja zum Glück dann meistens der Produzent machen. Wir haben dann das so gelöst, dass es einen Passus gibt, dass es keine Herabwürdigung sein darf. Das war mehr eine Gesichtswahrung, weil das lautbürgerlichen Gesetzbuch sowieso gilt. Das andere war, dass es ein erstes Sichtungsrecht gibt. Also bevor der Film öffentlich wird, hat die Museumsdirektorin, die Sabine Haag, den Film gesehen. Das war's dann. Und die Leute, die drin vorkommen, die hatten nichts dazu zu sagen? Die, wie jeder andere Protagonist, in einem Film unterschreibt ein Papier, in dem im Grunde alle Rechte abgibt und man dann machen kann, was man will. Das ist echt ein bisschen brutal, aber die einzige Form, wie man solche Filme überhaupt machen kann, in dem die Leute einverstanden sind. Die meisten lassen es vorher unterschreiben, ich sogar nachher. Also ich sage meistens so, wir drehen jetzt und am Schluss machen wir das dann. Und das funktioniert in der Regel auch völlig problemlos. Also man hat einen Stoß von Papiere, wo eben jeder und jeder, der im Film vorkommt, unterschreibt, dass er einverstanden ist, dass er drin vorkommt. Hatten Sie auch Leute, die gesagt haben, nee, will ich doch lieber nicht? Ja. Ja, okay. Natürlich. Das ist eben eines der Vorteile, dass so an einem Institutionen-Film, da kann man ausweichen. Also ich hatte Leute, die dezidiert gesagt haben, sie wollen nicht nur vorkommen, sie finden es überhaupt falsch, dass so ein Film gemacht wird. Das war dann manchmal schwierig und das hat auch zu Schreiduellen auch manchmal geführt. Also dass Sie gefilmt haben und jemand hat gebrüllt, jetzt hört mal mit? Wir waren, wir dachten, der ist informiert worden, der war dann aber nicht informiert und wollte nicht gefilmt werden und der hat dann natürlich geschrien, wir haben uns hundertmal entschuldigt. Wir wussten das nicht, eigentlich hätten sie informiert sein sollen. Und wir drehen sie einfach nicht, wenn sie nicht wollen. Das ist ja völlig klar. Wir warten, bis sie weg sind, dann fangen wir an. Und dann ging es aber mehr ins Grundsätzliche, dass man überhaupt so etwas nicht machen darf. Man darf nicht so die Hosen runterlassen vor der Kamera und so weiter und so fort. Ja, da muss man dann durch. Ich würde sagen, so ein Film reflektiert aber natürlich nicht nur diese Ebene, sondern überhaupt, wie man mit Leuten hat man mehr Draht wie zu anderen. Und auch jetzt jenseits dieser juristischen Ebene gibt es eben auch Personen, die lassen einfach per se mehr zu. Also es gibt ja die Leiterin der Wagenburg zum Beispiel, die war völlig offen. Also die hat auch, die hat wirklich versucht, mir alles zu geben, was ich mir gewünscht habe. Also eine Szene mit ihr ist ja im Dorotheum, also im Auktionshaus, eine andere Szene. Und da habe ich immer gesagt, ich möchte so gerne eine Schenkung drehen. Ich finde es wichtig, es hat auch aus soziologischen Gründen, es ist ja sehr in diesem großbürgerlich-adeligen Milieu verhaftet. Vielleicht, wenn Sie noch mal sagen, die Schenkung, das war? Die Schenkung war mir für den Film ein sehr wichtiges Ereignis, das ich mir gewünscht habe. Also diese Uniform. Ah, die Schenkung, genau, dieser Uniform oder der Montur, wie es fachlich richtig heißt. Diese Schenkung dieser Montur wollte ich unbedingt drehen oder einer Montur, weil es den Film dann so verbindet mit diesem großbürgerlich-adeligen Milieu, in dem sehr vieles passiert. Und die hat mir das ermöglicht. Also sie hat so lange gearbeitet und vorbereitet, auch dort schon die Erlaubnisse eingeholt. Und das hat dann sogar, wir waren schon im Schnitt. Es war am Ende eigentlich schon nach der Drehzeit, wo sie mich angerufen hat, gesagt, jetzt geht's. Und da habe ich natürlich gesagt, nein, das machen wir. Wir haben es gedreht, zwei Tage später war es dann schon im Filmschnitt drinnen. Ja, das ist großartig. Also diese Familie, die kommt und vom, ich glaube, vom Dachboden, diese Uniform, dringend vom, ja. Genau. Der Film fängt wahnsinnig fulminant an mit dieser eben auch großbürgerlich-aristokratischen, halbenden Schweizer Augen, das er anschaut. Wir hatten auch immer, Österreich war mal ein Weltreich, Gesetz der Schweiz. Und das beginnt damit, dass ein Bauarbeiter in der Mitte dieses riesigen Saals sehr brutal aufs Parkett eintrischt. Ich nehme an, Sie haben dort Regie geführt. Ja, natürlich. Also der Film ist zwar prinzipiell sozusagen ein beobachtender Film, aber an vielerlei Punkten greife ich natürlich ein. In dem Fall ist das in dem Sinne inszeniert, ein Bauarbeiter würde nie in der Mitte des Raumes anfangen, den Boden zu öffnen, sondern immer in den Ecken. Weil da macht er weniger Parkettstücke kaputt. Das war aber filmisch völlig uninteressant und den konnte ich dann schon überzeugen davon, dass wir das etwas dramatischer brauchen, den auf seinen Auftritt. Das ist übrigens eine Szene, die ich ja gedreht habe, bevor wir noch das Geld hatten für den Film. Ich wusste schon an sich, diese Geschichte mit diesem Abriss und wieder Neuaufbau dieses Teils des Museums, der Kunstkammer, will ich haben im Film. Und deswegen muss ich einfach schon anfangen, weil die warten ja nicht darauf, bis ich mein Geld habe. Zum einen, zum anderen, was gerade diese Szene, die es ermöglicht hat, dass ich Geld bekomme. Weil, man gibt ja ein Drehkonzept ab und in diesem Antrag steht sehr vieles. Trotzdem können sich die Leute es ja nicht so richtig vorstellen. Und da habe ich gesagt, na das, so stelle ich mir den Film vor. Und habe ihnen diese Szene vorgespielt. Ich habe gesagt, das ist die Visitenkarte von dem Film. Und dann war das wohl das I-Tüpfelchen, das es ermöglicht hat. Wie stark sind Ihre Bilder davon geträgt, dass Sie Kunstgeschichte studiert haben? Puh, ich hoffe, Sie sind davon geprägt, dass ich Filmemacher bin. Ja, als Filmemacher kann man ja ganz viele Arten von Bildern machen. Aber das würde ich auch als Performance überall durchgehen, nicht? Es ist tatsächlich, mein Studium in Kunstgeschichte hat sich ausgewirkt. Das hat sich nämlich ausgewirkt auf der Ebene von einem Dagegenarbeiten. Also ich habe ja als Student das Museum eher immer als ermüdend wahrgenommen. Und die Ermüdung kam daher, dass diese imperiale Architektur ja auch so drückend ist, einschüchternd. Und von vornherein wollte ich etwas machen, was völlig gegen das arbeitet. Also ich habe mir gedacht, ich muss diesen Film so machen, dass man ihn demokratisiert, dieses Haus. Dass man sich freispielt von diesem Palast, der einfach da auch mitgeschleppt wird. Das ist wirklich eine Hypothek, wo ich gedacht habe, da muss ich etwas dagegen machen. Auch in der Auswahl der Objekte, die man dann sieht. Also es kommen ja immer wieder so Dinge vor, die mehr mit der Natur verbunden sind. Stichwort ein Eisbärfell spielt eine wichtige Rolle im Film. Das war so eine Lust daran, gegen diese Hierarchie der Kunstwerke zu arbeiten. Also die Saliera zu kombinieren mit Fröschen. Das war einfach ein Spaß, den ich mir dann erlauben konnte. Obwohl ich sehr wohl der Meinung bin, dass Kunstwerke eine Qualität haben, die sie schon erhöhen über andere Objekte. Aber das musste mein Weg sein. Den wollte ich nicht per se haben, sondern der Film erzählt auf einer Ebene. Auch diese Geschichte endet ja dann auch mit einem nicht ganz unwichtigen Bild des Museums, mit dem Beugel, dem Turmbau. Aber das musste meine Geschichte sein. Wie, dass man dann am Ende vom Film so ein Gefühl hat, was Kunst, wo noch so ein, ja, wo die eigene Vergänglichkeit vielleicht so mitschwingt. Das war so mein Weg, mich dorthin zu arbeiten. Also das wäre ohne, glaube ich, so ein mühsamen Studium der Kunstgeschichte nicht möglich gewesen. Sie glauben, die große Müdigkeit, die einem zuweilen angesichts des Großartigen der Kunst oder des Überhöhten der Kunst überfällt, das hängt mit der imperialen Architektur zusammen. Das wäre im modernen Museum nicht der Fall. Nein, es ist ja auch, ich war ja in Basel im Kunstmuseum, da atmet ja ein völlig anderer Geist entgegen. Das ist eben bürgerlich. Also da ist ja auch ein ganz anderes Verständnis, welchen Zweck Kunst hat und so. Man spürt, das sind Schenkungen, Leihgaben. Das ist ein, da spricht eher eine Gesellschaft heraus und nicht sozusagen eine einzelne Figur. Also das Kunsthistorische Museum besteht ja im Kern aus der Sammlungstätigkeit von einem Fürsten, der eben damals in österreichischen Belgien, also in den Niederlanden, dort Stadthalter war. Der hat Bilder eingekauft und das macht den Hauptteil aus. Also das ist, und das ganze Gebäude ist ja gebaut worden für diese Kunstwerke. Die waren ja festgelegt. Man hat 1880 gewusst, diese Bilder haben wir und für die bauen wir jetzt den protzigsten Rahmen, den wir uns vorstellen können. Das wurde gemacht. Ja, das finde ich dann, kann schon ermüdend sein. Wie machen Sie das, dass Sie das auflösen? Wir haben gesagt, das eine ist, dass Sie so Fallhöhen einbauen, indem Sie hohe und niedere Objekte kombinieren. Wie machen Sie das sonst noch? Also zum einen mit der Kartrasch, also wir haben immer so versucht, visuell auch dem immer etwas entgegenzuhalten. Man muss eine Position einnehmen. Wenn man sich in so einem... Wie machen Sie das? Nein, indem man... Kartrasch heißt, dass der Kameramann Positionen findet und wir uns zu entscheiden, wir nehmen das in diesem Winkel, in dieser Brennweite auf. Die korrespondiert mit dem Bauwerk. An sich könnte man sagen, das ist immer so, aber in so einem Museum ist es extrem. Können Sie ein Beispiel nennen? Naja, ich kann... Wir haben sehr oft Weitwinkel verwendet, um sozusagen die Größenverhältnisse immer wieder darzustellen. Also es gibt auch eine lange Fahrt, das war ja auch technisch jetzt schon aufwendiger, wo wir mit einem Rollerfahrenden mitfahren, um diese Weite, diese scheinbar unendliche Zahl von Räumlichkeiten, durch die sich jemand, der vom Computer zum Drucker muss, sich bewegt, das umzusetzen. Also da spiele ich total mit diesem Räumlichen und tue dem gerne auch etwas entgegensetzen. Das ist dann, wenn nämlich Unkraut gezupft wird oder Mottenfallen aufgestellt werden. Also das Hohe und das Niedrige immer irgendwie miteinander zu verbinden. Diese Fahrten finde ich etwas vom Beeindruckendsten an Ihrem Film. Ist das eine Steadicam? Also man sieht ja auch mal jemanden, der läuft. Und wie haben Sie das gemacht? Ja, das ist Steadicam. Also wir hatten... Sonst war ich sehr sparsam im Budget des Filmes. Und wir haben auch nichts überzogen. Nein, wir haben wirklich gespart. Aber das, diesen Luxus, den wollte ich dann an gewissen Punkten einfach haben. Ich wollte an gewissen Punkten diesen technischen Aufwand haben, weil ich auch finde, dass Dokumentarfilm sich nicht bescheiden muss. Der kann ja auch einmal mit der Faust auf den Tisch hauen. Warum nicht? Hat nicht einen anderen Kameramann, einen Spezialisten, haben Sie das mehrmals gedreht? Oder wie? Ich muss wirklich sagen, das sind unglaubliche Aufnahmen. Ja, das sind hochbezahlte Spezialisten, die auch sportlich so... Das ist zum Beispiel jetzt ganz unprofessionell. Soll ich schon stoppen? Ja. Das war jetzt das Telefon, das läuft, weil Sie den Code nicht wissen und Sie nicht ansteigen können. Das finde ich großartig. Tatsächlich bin ich in gewissen Bereichen technisch völlig unbedarft. Und das fängt schon an beim Smartphone. Das überfordert mich schon völlig. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass es ja im Film Arbeitsteilung gibt. Also dass es Leute gibt, die wissen, wie man eine Filmkamera bedient. Und obwohl ich das auch studiert habe, bin ich froh, dass ich das nicht mehr anrühren muss, um mich dann auf das zu konzentrieren, was mein eigentlicher Job ist. Ja, es gibt Spezialisten, die hochbezahlt sind, die trainiert darauf sind, auch schwierige Situationen eben mit so einer Steadicam zu lösen. Also der kann eben dann auch mit diesem ganzen Gerät, dass er sich um die Hüften schnallt, einem Rollerfahrer auch nachlaufen. Wie oft hat er das gedreht? Wir haben es einmal geprobt und dann ist es gedreht worden. Das muss ich wirklich sagen, ich fand, das hatte so etwas Hypnotisches, das zieht einen irgendwie ein, das muss ich ja sagen. Das Zweite, was Sie vorhin gesagt haben, eben neben den Kaderagen war das zweite Mittel, um dieses Heere dem Museum ein bisschen auszutragen, dass eben Motten fallen und so. Was haben Sie da noch für Elemente gehabt, wo Sie so dieses Profane reinziehen? Also das Profane ist, wie gesagt, über die Objekte, mit denen ich spiele, über die Arbeiten. Also ich unterscheide nicht zwischen akademischen Arbeiten und niederen Arbeiten. Das ist das Schöne am Film, dass man die alle gleich behandeln kann. Und dadurch werden erst so Hierarchien ja sichtbar, in denen ich springen kann, von dem einen wie zum anderen. Und ja immer nur die physische Präsenz der Protagonisten, der Augenblick, in dem sie zu sehen sind, entscheiden über ihre Stärke oder Nichtstärke. Das ist einfach toll. Die Stärke, Sie meinen in der Hierarchie oder in der Persönlichkeit? Nein, die Stärke in der persönlichen Präsenz von Menschen. Und da kann eben die Dame vom Besucherdienst eine reichere Persönlichkeit sein, als jemand, der in der Direktorenebene agiert. Die Dame vom Besucherdienst, die sich beklagt, dass sie eigentlich nie vorgestellt worden ist. Ja, und sie thematisiert natürlich etwas, was dieses Museum auch prägt. Denn Imperiales bedeutet auch Hierarchien, bedeutet, man denkt von oben nach unten, man teilt Befehle aus und beachtet halt vieles auch nicht. Das erzeugt dann eben bei Kommunikationsprobleme, wie es einmal so kurz auftaucht, wenn das neue Logo vorgestellt wird und der Sammlungszuständige erst im Zuge dessen erfährt, dass seine eigene Sammlung umbenannt wird. Nämlich so, wie es das Marketing und die Tourismusabteilung sich wünschen. Ja, das ist dann natürlich der Preis dafür, für solche strengen Hierarchien, wie sie da ganz selbstverständlich genommen werden. Also da, finde ich, schlägt schon noch so ein, sagen wir mal, geistig dem kaiserlichen Näherstehenden als dem republikanischen. Das ist aber prinzipiell ein Thema des Filmes, das da immer sozusagen auch mitläuft. Wobei das ja auch seine Modeerscheinung ist, irgendwie dieses Logo verhandelt wird in diesem Marketing-Sprech oder auch die Ökonomisierung, die totale, die da durchdringt. Ja, diese Museen sind natürlich nicht im luftleeren Raum. Die müssen um Geld kämpfen, sie müssen Geld rational verteilen, einteilen. Sie brauchen Besucherzahlen, sie werden gemessen an den Zahlen der Besucher. Das ist mir vertraut auch als Dokumentarfilmer, denn auch ich werde gemessen an dem, wie viele Leute den Film im Kino sehen werden. Das ist problematisch. Es ist aber ein grundsätzlicher Zug, der, was man so Neoliberalismus nennt, der seit Mitte der 90er Jahre so kommt, wo in diesem alten Wett oder in diesem alten Kampf zwischen Bewahren oder Vermitteln die Vermittlerseite sozusagen überhand nimmt und das Bewahren eher im Verschwinden ist. Wobei man sagen muss, das Kunsthistorische macht das eh noch in bescheiderem Maße. Es gibt ja andere Museen, die reiten dann von Rubens über Rembrandt zu Picasso und machen über das Name-Dropping ihre Zahlen. Da ist das Kunsthistorische eh noch vorsichtiger. Nichtsdestotrotz stecken die genauso in dieser Maschinerie drinnen und sie müssen damit in irgendeiner Art und Weise umgehen. Sie haben vorgesagt, bei den Motiven, den Film zu machen, neben dem biografischen, der neuen Direktoren, war der dritte Punkt, das Interesse an den Institutionen. Gehen Sie da aus von irgendwelchen Theorien, ich meine, der Kiel in Institutionen, Theorie oder Sonstigen? Nein, das meine ich ganz pragmatisch, dass eine Institution, es gibt ja die, also der Erfinder sozusagen dieses Subgenres des Dokumentarfilms ist ja Fredrick Wiseman, der seit 40 Jahren, also ich glaube, die ersten waren in den 60er Jahren, fast jedes Jahr irgendeine Institution vorstellt. Das geht ja über Atombomben, über Mönchsorten, zur Pariser Oper, nebenbei jetzt zur National Gallery. Also das ist schon ein, das hat schon auch einen Grund. Der Grund ist der, dass das einfach sehr filmisch ist. Also es gibt... Ich würde nicht sagen, bei Wiseman war das Interesse vor allem so ein aktivistisches, soziologisches... Ja, natürlich. Also sicher da, also in den 60er Jahren, was war da nicht soziologisch, aktivistisch? Natürlich, ganz klar. Also das ist sicher, wenn wir diesen frühen Film von ihm denken, Miet, das ist ganz klar eine Kapitalismuskritik, die da in sich ruht. Da gibt es ja auch eine Szene, wo der Chef dieses großen Schlachthofes japanischen Touristen erklärt, wie viele Viecher sie täglich töten und so mit unglaublichen Zahlen und so auftrumpft. Ja, das ist, klar, das ist eine Kritik, eine Systemkritik, die da passiert. Das ist bei Ihnen aber nicht der Fall. Also sicher so nicht. Also ich denke, ein Muss... Aber, aber was mich daran interessiert, ist ja was anderes. Bei mir, also für mich läuft es ja schon sozusagen auf etwas, im Grunde dann doch auf etwas hinaus, was zu tun hat mit, gibt es etwas, was Kunst unterscheidet von anderen Objekten. Und sozusagen jenseits von dieser ganzen Institution, von den Mechanismen, in denen solche Institutionen stecken und die natürlich in größeren politischen Zusammenhängen zu sehen sind, gibt es dann doch etwas, das auch von dem sich abhebt. Und ich sage ja, das hat schon was zu tun mit Vergänglichkeit, die einem vielleicht dann spürbar wird, wenn man so einen Film dann auch sieht. Inwiefern? Weil der Film, auf das dann im Schluss hinläuft. Es gibt ja dann die, nach all diesen Kämpfen, nach all diesen Mühsaal, nach all diesen Arrangements und so, gibt es diese große, diese Eröffnung, diese feierliche große Eröffnung, mit allem, was Rang und Namen hat, von Bundespräsidenten abwärts. Und all dieser ganze Tantam, für was ist der gut? Was ist das denn? Und wenn das dann so konterkariert wird mit Figuren, mit steinernen Zeugen von früher, wo man nicht mehr weiß, wer diese Menschen mal waren, die da abgebildet sind, auch diesen Miniaturbildern, dieser Unzahl von Wesen, man plötzlich dieses Gefühl hat, man steckt in einer Reihe von Ereignissen. Mein Gott, in 20 Jahren gibt es wieder so eine Eröffnung von irgendeiner Sammlung in diesem Haus und sie findet wahrscheinlich täglich auf der ganzen Welt irgend so eine Eröffnung statt. Dass es dann vielleicht doch noch etwas gibt, was auch darüber hinaus weist. Man könnte es auch so ein bisschen Entzauberung des Fetischkunst. Also ich fand das vor allem bei diesem sehr genauen Hinschauen bei den Restauratoren, wo man auch merkt, das ist auch ein bisschen ein Gebastel, nicht? Das ist, man macht halt mal irgendwie nach einem Gebissen und... Naja, man muss es irgendwie hinkriegen. Also die Museumsdirektorin war irritiert vom Schluss des Filmes, weil sie natürlich, es ist ja auch ihre Sammlung, die Kunstkammer, die eröffnet wird, und dann sieht man ja am Schluss den Turmbau. Man weiß, die Hybris des Menschen endet damit, der Turmbau von Babel endet damit, dass dieser Turm zusammenstürzt und sie dann schlau, wie sie ist, gesagt, naja, ist das jetzt im Grunde sozusagen meine Sammlung, die sie da aufschüsst. Und ich habe ja damals gesagt, ich finde, es hat eher was zu tun mit einem permanenten Umbau. Also es ist eben keine statische Situation, es ist etwas, das sich verändert, weil es ja um ein soziales Gebilde geht. Das sind Menschen, die miteinander zu tun haben und die müssen sich immer wieder neu arrangieren. Und so ist es einfach ein Prozess, der einfach ständig ablauft. Es ist nicht so sehr das Ende, sondern es ist etwas, das einfach ständig passiert. Vielen Dank.